Mein Name ist Benjamin Rudolph, ich bin 25 Jahre alt und seit 2006 bei der Unternehmensgruppe Fischer. Ich habe hier im Hause ein duales Maschinenbaustudium abgeschlossen und nach weiteren zweieinhalb Jahren Berufserfahrung stehe ich heute in verantwortlicher Position in der Kunststofftübelproduktion. Wir hier am Standort Tumling im Waldachtal produzieren jegliche Befestigungsarten von Stahlankern über Kunststofftübel. Ich bin verantwortlich für einen Teil der Kunststoffproduktion. Hier produzieren wir bekannte Dübel wie den S-Dübel, UX-Dübel beispielsweise, hauptsächlich für den Heimwerkergebrauch. Das teilt sich auf in 60 Spritzgussmaschinen mit angelagerten Montagebereichen. Im Spritzgussbereich sprechen wir von einem Durchsatz von bis zu 1200 Dübeln in der Minute. Eine wichtige Aufgabe in meiner Tätigkeit ist die Sicherstellung unserer Fertigungsprozesse und natürlich auch Maschinenstörungen in den Griff zu bekommen, Verluste durch häufige und komplizierte Rüstvorgänge möglichst so zu vereinfachen, um hier die Produktivität der Anlagen zu erhöhen. Ein wichtiger Faktor ist das Arbeiten vor Ort, direkt an den Montageanlagen, an den Spritzgussmaschinen, um hier über Kennzahlen, die wir aufnehmen, an Produktivität, an Liefertreue zu arbeiten. Hier natürlich sehr kommunikativ mit den Teamleitern, mit jedem einzelnen Mitarbeiter, Maschinenbediener, Einrichter wie auch Instandhalter, um hier das gesamte Wissen von allen Mitarbeitern mit aufzunehmen, um eben nachhaltig solche Probleme in den Griff zu bekommen. Der Büroalltag gehört bei mir selbstverständlich auch mit dazu. Mein Büro liegt direkt an der Produktion. So habe ich tagtäglich einen sehr, sehr engen Austausch mit Teamleitern, mit Produktionsmitarbeitern. Meine Aufgabe hierbei die Organisation, die Koordination, auch hinsichtlich Faktoren wie Qualität, Kosten und Liefertreue selbstverständlich. Zusätzlich der technische Faktor, den ich mit einbinden kann. Durch Maschinenbaustudium, durch die Mechatronika-Ausbildung zuvor, hat man hier sehr viele Ansatzmöglichkeiten für Optimierung von Prozessen hinsichtlich Produktivitätssteigerung, aber auch sehr viele Möglichkeiten hinsichtlich Qualitätssteigerung, Qualitätskontrollen in den Produktionsprozess mit einzubinden. Begonnen habe ich hier bei der Unternehmensgruppe Fischer mit meiner Ausbildung zum Mechatroniker. Hatte hier bereits einen sehr technischen Einblick durch das anknüpfende Maschinenbaustudium. Mit Vertiefungsrichtung Produktionstechnik konnte ich dieses Wissen einfach umfangreicher aufbauen. Hatte noch Einblicke in Bereiche Entwicklung wie auch Vertrieb und Produktmanagement. Konnte dann aber für mich herausfinden, dass die Produktion genau die richtige Tätigkeit ist, also Tätigkeiten in der Produktion und bin heute genau da, wo ich hinwollte.